so das soll mir jetzt mal bitte einer erklären er hat Lakaienhorde auf 11 ich habe Lakaienhorde auf 12 und trotzdem gewinnt seine Lakaienhorde gegen meine Lakaienhorde und ich bin dank dieses Spiegels noch Quatsch der Klon bin ich komplett ausgeliefert kann gar nichts machen und bin natürlich sofort komplett weg aber wie kann eine Lakaienhorde 12 gegen die Lakaienhorde 11 verlieren außer die Lakaienhorde hat jetzt sich nur auf den das riesen Skelett konzentriert was ich nicht so genau erkennen kann aber an solchen Momenten denke ich immer was für ein Dreckspiel tut mir leid aber wegen so einer Scheiße zu verlieren ist echt der letzte Kack das kann ich nicht gerade mir anlasten finde ich